so willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal ramses der dicke es ist dreiviertel acht ich muss noch ganz kurz dieses video aufnehmen denn um acht ist eine premiere hannes und ramses luther der säufer die geschichte von luther der säufer ein ganz besonderes biertasting wer das nicht geguckt hat guckt mal rein ich fand es auf jeden fall sehr amüsant auch die geschichte von luther dem säufer zu erfahren ansonsten nehme ich das jetzt auf und hau das nach dem biertasting noch raus denn neben den ganzen halloween event sachen forschungen tickets allem hin und her dürfen wir eins nicht vergessen jedes jahr findet ja in mexiko der dia de muertos statt also der tag der toten in mexiko da gab es jedes mal ein event anfangs war das sogar glaube ich nur in amerika teilen da von mexiko irgendwas mittlerweile wurde das immer jedes jahr ganz weltweit global gefeiert da gab es dann auch t-shirts da gab es bestimmte pokémon mit irgendwelchen blumen kronen wie letztes jahr eben hier dieses ja habe ich den namen vergessen genau das gab es nämlich und noch viel mehr was gibt es aber dieses jahr beim dia de muertos 23 feiert mit ragoso und knogger mit kemba suchil krone neuen boni rauch und lock modulen was das für neue boni sind müssen wir uns mal angucken ihr seht auf jeden fall zwirrlicht genau zwirrlicht letztes jahr zwirrlicht hatte ja einen cday auch gehabt letztes jahr um die zeit und ich glaube das war der oktober cday sogar zwirrlicht zwirr klopp zwirr finst die haben alle dann so eine krone gehabt konnte man auch shiny haben das war auf jeden fall nett jetzt kommt also knogger beziehungsweise tragoso und knogger dazu so mexiko aztegen bla 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 das ist wieder was was euch überhaupt gar nicht interessiert deswegen kommen direkt mal zum datum und zwar ist das der mittwoch 1. november bis donnerstag 2. november und dann denkt man jetzt was sonst so events immer ein zwei wochen die hatte muertos 23 ist gefühlt eigentlich nur ein tag aber das ist auch der tag der toden was willst du dann eine woche feiern du feierst diesen einen tag deswegen 1. november bis 2. november am 1. november 10 uhr bis 2. november 20 uhr ihr habt also eineinhalb irgendwas zeit tragoso und knogger mit campers zu chill krone in shiny zu bekommen beziehungsweise nur tragoso und das dann halt zu entwickeln zu knogger das ist wieder mal richtig brutal gerade solche events wo dann was auftaucht aber ihr seht ja wenn ihr letztes jahr das zwirrlicht nicht bekommen habt würdet ihr das dieses jahr hättet ihr auch wieder die gelegenheit das noch zu bekommen im endeffekt gibt es nächstes jahr dann auch wieder tragoso knogger und dann kommt noch was ganz anderes dazu aber froh ist man trotzdem wenn man das kriegt ob das jetzt für dieses pokémon passt dass das auf seinem knochenschädel da so ein paar blümchen drauf hat weiß ich nicht ich fand auf jeden fall diese großen orangen blumen irgendwie voll nett wenn du so einen zwirrlicht hat es die großen orangen blumen sahen verdammt genial aus hier sind es jetzt drei farbige das heißt gelb orange und rot hat was hätte ich aber so gelassen wie beim letzten jahr weil die sahen halt einfach cool aus was heißt hier neue boni hier steht während des events aktivierte lockmodule halten 90 minuten lang an es gibt doppelte fangbonbons rauch hält während des events 90 minuten lang an trainer in lateinamerika und der karibik dürfen sich zudem über den folgenden zusätzlichen bonus freuen zusätzliche verschickt bonbons also das wird wahrscheinlich der besonders brutal heftige neue bonus sein den es noch nie gab dass karibikianer und lateinamerikaner zusätzliche verschickt bonbons kriegen ja ist jetzt nicht mehr so spektakulär aber was haben wir jetzt für wilde pokémon da muss man jetzt wieder gucken sonnenkern so bier ist roselia zwirlig trifft lon lichtl mit etwas glück auch tragoso makabaya paragoni kann alles shiny sein sonnenkern braucht kein mensch zu bier ist kriegt eine mega entwicklung kann man nehmen dass man vielleicht ein gutes exemplar hat oder einfach nur das höchste er nimmt mal eine mega entwicklung macht um bestimmte typen zu pushen roselia ist immer noch ein guter gift und pflanzen angreifer da hätte ich auf dem habanero account gern noch ein gutes rosarade oder ein hohes rosarade zwirlicht brauchst du meine meinung nach auch nicht wer das noch nicht mit der krone hat mit dieser campatsuchil krone in shiny der schlägt dazu drift lon sieht gut aus als shiny kann aber gefühlt auch nichts glaube ich lichtl wieder ein sinnvolles starkes pokémon natürlich als feuerangreifer als geist angreifer ist das beides auf jeden fall brutal hat auch sein siedel gehabt aber wer die verpasst hat schlägt hierzu also roselia und lichtl sind meine favoriten zu bier ist wegen mega entwicklung ein bisschen mit glück eben auch das droger dragoso müsst ihr nicht raiden müsst ihr nicht brüden ihr könnt es wild encountern aber nur mit etwas glück dragoso aber auch irgendwie nicht so nützlich glaube ich makabaya nicht nützlich paragoni in der gbl macht das eigentlich was aber für mich nicht ich habe das nicht wer da das shiny noch nicht hat wer da das shiny noch nicht hat schlägt hierzu ist er jetzt auch seit dem halloween event neu mit dabei tromborg ist die weiterentwicklung die könnt ihr in der gbl nutzen sich immer viele die das machen ich hasse das teil wenn ich das mal gesehen habe damals habe ich immer gleich gesagt ich gebe lieber auf weil ich nicht dagegen kämpfen möchte trainer in lateinamerika treffen häufiger auf wilde event pokémon das heißt ihr seht die aber die sehen die noch mehr begegnungen durch rauch und lock module sonnenkern sonnflora hunduster zubiris roselia driftlons wir liegt mit etwas glück dragoso und flabebe orange ich habe letztens auch hier ein oranges flabebe angetroffen weiß ich gar nicht ob das gut ist die entwicklung als pflanze oder so reicht auf jeden fall recht hohe wp aber ich habe noch nie gehört dass das jetzt hervorgehoben wurde von jemandem was noch interessant wäre wäre vielleicht hunduster zu hundemon hundemon ja auch mit mega entwicklung als feuerangreifer als und licht angreifer auch zu gebrauchen so pokémon bei feldforschungen habt ihr sonnenkern driftlon lichtl mit etwas glück dragoso alola knogger haben wir ja alles schon genannt alola knogger alola knogger ist kurz überlegen glaube ich der sinnvollste von den knoggers weil der in der gbl nützlich ist er damals auch sein raid day wo man wo ich glaube ich hunderte bekommen hatte auf dem main account mit 13 37 die legendäre zahl lied 13 37 das war genial aber ist ja jetzt geschichte ansonsten wenn ihr keine dragoso bild findet könnt ihr in raids der stufe 1 dragoso begegnen mit dieser campers chill krone können raiden bis der arzt kommt eure raid pässe raushauen wenn ihr unbedingt ein shiny haben möchtet raids der stufe 3 azumarill nach tara hariyama adebom adebom ist letztens neu reingekommen kann shiny sein wer noch keins hat macht halt raids wer unbedingt eins will ansonsten ist das nur ein dex füller hariyama ist an sich ein guter kampfangreifer aber wohl auch nur für raids nach tara sieht man oft in der gbl azumarill sieht man oft in der gbl habe ich damals auch immer genutzt in der superliga vor allem raids weiterhin in den fünfern dark rei und mega barnett in den mega raids avatar artikel und sticker zum event es gibt also neue was steht hier mit einem neuen avatar artikel artikel für den dia de muertos könnt ihr auch dem anlass entsprechend kleiden euch auch nach dem event wird der artikel noch im ingame shop erhältlich sein ich glaube dieses t-shirt gab es letztens aber schon und diese gesichtsbemalung auch also konntet ihr damals kaufen wer die nicht gekauft hat kann sie dieses mal wieder kaufen und es gibt sticker mit mit den team farben und einem normalen was an den pokestop erinnert plus pokestop showcases mit zwirlicht so habt ihr bock habt ihr bock auf den einen tag wo ihr dragosso kriegen könnt mit dieser krone ich lasse alles auf mich zukommen ich würde gucken wie gesagt dass ich vielleicht noch ein paar lichtel bonbons machen kann vielleicht ein paar roselia bonbons aber so wie ich in letzter zeit spiele wird er nicht viel bei rund kommen nicht viel bei rund kommen man macht halt wenn man eine forschung hat macht man die forschung geht raus wenn man einen raid boss wechsel hat geht man raus macht das ansonsten habe ich urlaub wenn man einen account urlaub hat habe ich auch urlaub und der rest ist smooth und chillig was sind eure ziele fürs dia de muertos schreibt es mal in die kommentare habt ihr bock auf das event und habt ihr letztes jahr die blumenkron bekommen fehlt euch jetzt nur noch das neue oder werdet ihr noch mal jagd machen auf zwirlicht weil das sah im beutel halt wirklich cool aus irgendwie sah das auch aus als wäre das echt echt nicht so gekünselt sondern richtig echte blüten die orange einfach mega genial ausgesehen haben ich muss es noch mal dazu sagen ansonsten peace out for haut euer ramses viel spaß bei der premiere ich lade das jetzt noch hoch und haust dann nach der premiere noch schnell raus